ja hallo hier ist wieder tuxacher.de willkommen auf meinem video kanal ich denke mal wir hier schon sehen könnt soll es heute noch mal um das thema video gehen und zwar um den ronin sc gimbal. ich hatte ja vorher schon den kleinen gimbal für mein smartphone aber jetzt durch die umstellung auf die systemkamera habe ich mir dann überlegt auch einen gimbal für jetzt in dem fall die lumix g9 zu besorgen. die wahl fiel dabei auf den ronin sc weil er relativ kompakt ist aber mit 2,2 kilogramm glaube ich trotzdem noch eine relativ hohe tragfähigkeit hat. ihr seht jetzt hier der ist jetzt gar nicht angeschaltet und befindet sich jetzt trotzdem einigermaßen in der balance also die einzelnen arme sind nicht gelockt das ist übrigens eine sehr schöne funktion wenn man den gimbal erstmalig einrichtet dann kann man die einzelnen arme einrasten lassen und man muss sich nicht sofort beim erstmaligen einrichten um alle achsen kümmern. das ist ein sehr schöner vorteil. wir schalten jetzt mal ein. so dann hört er das typische geräusch und dann schwenkt er in die normalposition und dann können wir den hier also wahlweise mit dem joystick der sich hier befindet an der rückseite bewegen nach oben nach unten und er bleibt auch wenn ich ihn jetzt hebe seht er jetzt hier in der balance. man muss dann natürlich einige zeit mit üben weil der gimbal gleicht horizontale bewegungen aus aber jetzt nicht die bewegungen die durch das normale menschliche gehen entstehen da muss man also sich ich nenne es jetzt mal einen anderen gang angewöhnen damit jetzt keine bewegungen in der vertikalen richtung zu stark entstehen die dann das an sich ruhige gimbal bild ja ich sag jetzt mal zerstören würden. wenn man den gimbal jetzt erstmalig eingerichtet hat sollte man mit der zugehörigen app eine kalibrierung durchführen die dafür sorgt dass die motoren in den einzelnen achsen optimal eingestellt werden und sie zeigt einem auch an ob die balance an sich der kamera objektiv kombination gut genug ist. die kalibrierung die dort also nicht allzu lange man schwenkt dazu den gimbal in einem winkel von mehr als 15 grad und dann startet man die prüfung und wenn die resultate dann gut sind dann kann man noch ohne weiteres den gimbal betreiben wie hier zum beispiel könnt ihr sehen ich habe hier das 12 bis 35 mm zoom 2,8 drauf und an sich die ausrichtung oder die balance hat habe ich jetzt auf der 12 mm position gemacht aber dann kann man auch ohne großartig die einstellungen zu ändern ohne weiteres auch auf 35 mm zoom gehen. der gimbal beherrscht natürlich alle möglichen modi das heißt ich kann eine verfolgung jetzt so dann bleibt er jetzt hier in dieser höhe es gibt aber auch einen weiteren modus den ich hier mit dem modus schalter dann umschalten kann wie hier zum beispiel schwenkt er komplett nach oben da sind dann zum beispiel 360 grad drehungen möglich ich zeige euch das jetzt mal hier an einem kleinen beispiel gerade bei ich nenne es jetzt mal bei tor durchfahrten oder ähnliches kann das ein relativ schöner effekt sein aber natürlich wie immer sollte man solche effekte nicht übertreiben so und hier im letzten modi könnt ihr sehen folgt die kamera im prinzip den bewegungen des gimbal und kann damit zur verfolgen ich habe den runden sc gimbal in der in zwei verschiedenen versionen existiert einmal in der ich nenne es mal regulären und dann gibt es auch noch eine pro combo die ich mir jetzt hier gekauft habe hier mit zusammen mit dem focusrad da kann man dann auch dann hier von dem gimbal aus den focus verstellen dazu muss aber hier oben ein zusätzlicher focus motor installiert werden die preise liegen bei rund knapp unter 300 für den die normale version des gimbals und bei 360 ungefähr für die pro combo ist auf jeden fall preiswerter als die teile einzeln zu kaufen mit dem gimbal der sich auch in einer so genannten anderslook funktion betreiben lässt also dass die kamera nach unten ausgerichtet ist lassen sich sehr schöne bodennahe aufnahmen auch während des scans machen ich zeige euch hier mal ein kleines beispiel dafür und die kamera wird trotzdem wirklich stabil gehalten und man kann auch hier sehr schön wenn man zum beispiel wie in dieser aufnahme mit einem festgelegten schärfe bereich beziehungsweise mit manuellen focus arbeitet sehr schöne aufnahmen hervor zaubern ja dann noch im wesentlichen schon fast zum schluss was mit dem focus motor zu tun hat man kann hier bei den panasonic kameras die fokussierung auf manuellen focus umstellen und dann kann man durchaus mit dem focusrad ein jetzt nicht manuelles objektiv sondern eben ein autofokus objektiv was sich aber an der kamera im manuellen focus befindet den focus hier mit dem focus motor ändern allerdings teilweise durch die objektive die mit focus by wire keinen gleichmäßigen abstand zwischen nah und fern haben wird ein ich nenne es jetzt mal focus pull wie ich ihn euch hier mal beispielhaft zeigen möchte dann trotzdem relativ schwierig mit genügend geduld kann das in einzelfällen gelingen ist aber leider durch die objektive doch relativ eingestrengt den focus motor selbst habe ich bis jetzt noch nicht probiert ich werde aber dann vielleicht mal probieren den focus motor den kann man ja auch am sumring festmachen dann zum beispiel da festzumachen um während der aufnahme dann in das feld hinein oder auch wieder zurück zu zoomen ja ich habe den ronin jetzt knapp dreieinhalb monate in den dreieinhalb monaten hat er sich bewährt er liefert also wirklich hervorragend stabile aufnahmen ich benutze ihm im wesentlichen natürlich mit dem 2,8 12 bis 35 dem 2,07 halb millimeter von laoa als auch mit dem zwölf millimeter 1,4 leica objektiv und selbst das obwohl das leica objektiv doch schon ein großer glas klotz ist bekommt der motor des gimbals hier einwandfrei gehandelt ja zwei dinge die mir nicht so gefallen das ist einmal man bekommt also hier ohne weiteres der gimbale besteht ja aus drei teilen nämlich hier oben den eigentlichen gimbale teil hier den handgriff und hier das kleine stativ damit man den auch ab und zu mal absetzen kann das akku hier ist natürlich ja ich sag jetzt mal fest verlötete gibt also im gegensatz zu anderen gimbals keine akkus die man da nachladen kann aber man kann diesen ganzen akku griff noch mal einzeln nach kaufen wenn man dann wirklich viel mit dem gimbale filmt allerdings der anschluss um dann hier den gimbale zu laden befindet sich im eigentlichen gimbale teil das heißt man ist nicht in der lage wenn man sagen wir mal merkt die akku kapazität könnte nicht ausreichend sein man ist also nicht in der lage wird noch während man filmt einen zweiten akku nachzuladen oder mit mehr ladung zu versehen weil dazu braucht man den eigentlichen gimbale teil ja die zweite sache ist dass jetzt hier die funktionalität ist zwar jetzt eine usb verbindung zur kamera aufgebaut aber es werden mir keine informationen angezeigt zur kamera und man kann die funktion lediglich zum auslösen und beziehungsweise einem entweder foto oder video aufnahmen auszulösen aber sonst besitzt die keine funktion ja das war mein erster bericht zum ronin sc wie gesagt mir gefällt er recht gut er ist auch für den preis selbst in der pro combo kombination mit ca 360 euro mehr als angemessen weil man hier doch schon die gehen nun gehört ja doch schon zu den schwereren mft kameras und auch in der kombination mit einem relativ schweren 12 mm 1,4 habe ich da bis jetzt noch keine probleme mit gehabt und es lassen sich wirklich sehr ruhige aufnahmen aus der freien hand im gehen und so weiter damit machen sowohl in der normal position als auch in einer bodennahen position und man kann ja vielleicht wenn man sich so ein gimbal kauft auch mal ausprobieren wie der effekt ist wenn man jeden und das untere stativ mal weglässt und hier zum beispiel ein einbein stativ dran montiert um dann in der höhe noch weiter hoch zu kommen wie das dann aussieht ja das war mein erstes review zum ronin sc wenn er hier noch fragen zu habt dann könnt ihr natürlich gerne stellen in die kommentare zu diesem video oder aber ihr stellt sie in die kommentare des entsprechend entsprechenden blog beitrags und wenn aus euch dieses video eine kleine hilfe war dann würde ich mich über ein gefällt mir freuen und natürlich noch mehr wenn er den kanal abonniert dann vergesst aber bitte nicht unten die glocke damit er jedes mal eine benachrichtigung erhaltet sobald ich ein neues video hochgeladen habe ja so viel zum ronin sc von mir mir bleibt nichts anderes übrig zu als zu sagen bis zum nächsten mal ciao tux oche